Punkt. Also die Radbremse war tatsächlich an? Ja. Präpariert. Nimm mal Abstand. Wir müssen noch die Bäume wegmachen. Ja, ich arbeite daran. Bitte mit chirurgischer Präzision. Ich mache erst mal die anderen Bäume und Büsche hier so rundherum. Ich mache das jetzt ganz einfach. Die Geräte in diesem russischen Haar sind auch in Englisch. Die Südafrika zum Beispiel sieht er auch an Englisch. Stimmt, Export. Also sieht eigentlich ganz gut aus, aber ich sehe ja nichts. Ja, ja. Ich würde behaupten, ich habe alles umgefahren. Nein, ich auch. Ich habe so einen kleinen Kampus gefahren. Ich habe 20 Minuten genau, bis ich meine Waffe gezogen habe. Wollt ihr direkt mit einsteigen? Ich bin schon drin vorne. Okay, dann alle mal Abstand. Da draußen ist 50-50. Entweder er startet oder er explodiert direkt. Ja. Okay, alle weg? Ja. Es piept. Dritte Target Z, der Match 1. Ja. Okay, dann schauen wir mal, ob wir am Flughafen irgendwo eine Werkstatt finden. Ja. Wo ist der so schwarze Ballen? Ja. Ja, das muss ich auch. Ich verriert das Flugzeug lieber und fliegt rüber nach dem Regenang und schaut, ob dann ein Komzentrier ist. Wir fahren mit dem LKW jetzt hier los. Ihr dreht euch? Geben alle? Nein, ich gebe gar nicht gerade auf. Das Gerät hat TI View dran. Lass uns abhauen. Ja. Jetzt sehe ich wen. Oh shit. Beim Verschirm muss ich ein bisschen weiter rechts halten. Oh, der hat gerade einen Stinger hier hinten gezückt. Aufs Vorfeld, da ist die Reparaturstation. 1 Uhr. Er ist gut. Er ist gut. Ah, weiter rechts ist immer noch einer. Sind alle anderen soweit? Die Werfer da hinten alle ausgeschaltet. Jetzt leben alle, oder? Ich glaube ja. Ja, Neoli wieder lebt. Den habe ich aufgehoben. 1. Komm mal. Nach rechts drehen. Nach rechts drehen. Ich bin hinten aufgesetzt. Im gesessen. Weiter rechts, weiter rechts drehen, weiter rechts. Am Haupteingang kann ich nicht hinschwenken. Jetzt. So gut. Jetzt. Okay, ich setze ab. Ja. Vergiss es. Ich höre eh nichts gar. Ah, der Heckrotter ist wie voll von Beweiber. Wollte gerade sagen, ich habe doch das leise machen wieder belegt. Okay, jetzt höre ich doch was. Hallo. Hallo. Das muss so. Das war eine M16, die du getroffen hast. Oh ja, das geht, das geht, das geht. Ich habe es auf Video. Ist egal, ich kann jetzt wieder einsteigen. Reparier mal. Von mir ist jetzt kaputt gegangen. Sicher? Wenn du steigst raus und gehst, dann tanzst du sich ein. Ja, aber deiner ist kaputt. Da ist nur die Scheibe, die ich jetzt wieder rausschießen muss. Du kannst kurz bitte ran. Was? Schon sicher. Hättest du noch ein bisschen ran können. Warte mal.